Hallo, mein Name ist Senat Groswitsch. Wir sind hier in Brunheim-Gebirge, nähe Wien. Bei Senats Cordova Team Österreich gegen Team Deutschland in ein paar verschiedenen Disziplinen. Bei mir ist ein großer Teil. Hallo, ich bin Tobias Wicke und ich wurde hier von Senat einladen, mit meinem Team Deutschland ins wunderschöne Österreich zu kommen. Wir werden alles geben, um den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Also schauen wir mal, was passiert. ... and sometimes I worry cause I never did ask in highschool woah, oh 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 I was always worried that maybe I'd need a little more woah, oh 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 when I sit down and figure out what went wrong I'm never really at the top woah, oh 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 It's a waste of time to think about it woah, oh 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 and I need a little more woah, oh 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 Sometimes she worries cause she never worked hard in highschool woah, oh 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 She was always smoking in the parking lot and trying to be so cool when she says gotta be right or by far she never really has the time It's a waste of time to think about it woah, oh 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 woah, oh 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 yeah Beim Elfmeter hatten wir mehr Glück wie die Deutschen und ich hoffe, dass es jetzt nochmal stattfindet, weil ich möchte es nochmal spielen, weil es war echt saugeil, jeder hat es cool gefunden und ich möchte einfach gegen meinen Kumpel nochmal solche Spielchen treiben.